Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Veloce Zockkanal, zur weiteren Folge FIFA 22. Ja, heute spielen wir untereinander gegen Twente Enchede, danach Fortuna Sittert und ich denke, wir werden auch noch das Game gegen Rangers machen, sofern jetzt nicht so überviele in den ersten zwei Partien passiert. Ich will gar nicht viel quatschen, die fresheste Glatze, ihr fandet das ja eigentlich ganz cool, ist auch eigentlich so ein cooler Spruch, ne? Sollte ich irgendwann mal so einen Kanal machen, ich hab's ja schon ein paar Mal gesehen, ich hab eigentlich so voll viel noch vor mit YouTube und so, irgendwann mach ich so einen privaten Kanal, den nenne ich dann freshe Glatze oder die fresheste Glatze auf YouTube oder irgendwie so einen Scheiß. Auf jeden Fall genug gelabert, gehen wir rein gegen Twente. Ajax hat vorgelegt, die sind neun Punkte vorne, das heißt, ein Sieg, ein Sieg ist Pflicht. Gucken wir einmal auf die Ausstellung von Twente Enchede. Die lange im Tor dann Truppé, Hilgas, Pröpper, Stendera, Czerny, Small, Bruns, Ugalde, Van Wolfswinkeln und Clem Neusie. 4-3-3-System hier bei Twente, das Ganze im offensiven 4-3-3-System. Das heißt nämlich, dass Twente hier genauso spielt wie Fähne und Rotterdam, die hier auch bei ihrem offensiven 4-3-3 bleiben. Hier sehen wir unter einem Trauner, der ja in der letzten Folge gezeigt hat, was ein Kopfballungauherr ist. Und ihr habt es vielleicht schon am Keeper ja gemerkt, Sven Ulreich wird nämlich heute spielen. Hier nämlich die Ausstellung. Ulreich im Tor, dann Karl Stumpf, Trauner, Santiago Hendricks, Alsate, Ketschke, Till bilden das Dreier-Mittelfeld und ganz vorne The Colombian Trio oder irgendwie so mit Zini, Serra, Valois und Falcao, die drei Südamerikaner. Auch offensives 4-3-3-System bei Fähne und Rotterdam. Twente Enchede wird anstoßen und das Spiel hat begonnen. Burns. Twente jetzt hier mit der Chance, eventuell in die Mitte zu spielen. Ja, das kommt sogar an und der ist dann drin. Das ist dann aber langsam reagiert von den Ferien-Nord-Verteidigern. Ich bin der Meinung, das hätte man klären können. Ricky van Wolfswinkel mit der ersten Chance. Fiat Twente gleich mal mit dem Treffer für die Hausherren hier. Das will ich mir gleich nochmal angucken, denn da hätte man meiner Meinung nach einfach nur etwas schneller reagieren müssen aus Ferien-Nordsicht. Ball hier abgefangen und ja, es ist Santiago, der da so ein bisschen zögert, wirklich hinzugehen. Warum auch immer zögert er dort, zum Ball hinzugehen. Er hätte das meiner Meinung nach klären können. Ricky van Wolfswinkel mit dem Treffer. Fünftes Tor nach 14. Partie. 1-0-4 Twente. Und sollte es so bleiben, kann man fast schon sagen, ist Ajax Amsterdam in diesem Jahr Meister, oder? Bei dann schon neun Punkten Vorsprung. Alsate. Falcao mit der Hacke gut auf Kötschke gespielt. Der jetzt mal auf Sinisterra. Jetzt wird es hier mal ein bisschen schneller. Aber so nicht, so nicht, so nicht. Schlecht abgespielt. Aber sie sind wieder im Ballbesitz. Sinisterra jetzt hier mal Valois. Radamel Falcao. zieht einfach mal ab. Aber den Lange hält den. Falcao zeigt sich. Aber das ist bisher insgesamt trotzdem kein gutes Spiel von ihnen. Jetzt hier Kötschke. Kötschke. Kötschke wollte einfach abziehen. Der Kopfball an den Pfosten. Die gefährlichste Aktion hier bisher von Falcao. Und da liegt jetzt jemand verletzt am Boden. Ich hoffe, da hat sich niemand schwer verletzt. Man hat da nämlich schon so ein paar Verletzungsprobleme bei Falcao Rotterdam. Valois muss hier jetzt verletzungsbedingt raus. Dafür kommt Van Bergen rein. Es ist mal wieder ein Verletzter bei Fairnot, die in dieser Saison damit echt ein bisschen Pech haben. Man kann nur hoffen, dass Valois nicht allzu schwer verletzt und nicht zu lange ausfällt. Es ist nicht mehr viel Zeit in dieser ersten Halbzeit. Aber Van Bergen macht hier jetzt mal richtig Druck. Mitchell Van Bergen, der Pass in den Rückraum war gut. Sinisterra. Kötschke mit dem Lupfer an die Latte. Zweites Mal Aluminium von Fairnot in dieser ersten Halbzeit. Er will es zu schön machen. Trauner gut den Ball abgefangen. Jetzt hier Van Bergen. Van Bergen zieht einfach mal ab, aber der ist drüber. Schade. Und jetzt hier mit der Hacke. Fabio Silva, der Pass war richtig gut. Kötschke. Kötschke macht ihn nicht. Er macht ihn nicht rein. De Lange hält den. Alsate wartet da, bis Ter Aves da eben mitlief. Ter Aves, der hohe Ball. Silva hat den. Silva nicht im Abseits und der Treffer. Nicht im Abseits und der Treffer. Und so macht man es. Als Joker reinkommen und gleich sagen, ey, weiter geht's. Denn Fairnot braucht den Sieg im Kampf um die Meisterschaft. Super Ball von Ter Aves. Perfekt auf Silva gespielt. Angenommen. Direkt abgezogen. Keine Chance hier für De Lange noch irgendwas zu halten. stark gemacht, aber Fairnot muss natürlich drauf drücken, das 2-1 zu machen. Das wäre sehr, sehr wichtig. Ein 1-1, ja, ist okay, aber in Sachen Meisterschaft hilft dir das nicht. Stendera, ja, jetzt hier Twente in die Mitte gespielt. Van Wolfswinkel gibt den ab, aber Ulreich hat den gehalten. Wichtig, Sven Ulreich mit der Parade. Ganz wichtige Parade von Sven Ulreich. Jetzt hier. Boah, Ulreich wieder da. Ulreich wieder da. Ich will Van Bergen woanders positionieren. Es wäre auch cool, wenn man die Spieler von Anfang an irgendwie positionieren könnte. Und der wird hier erstmal nicht gut geklärt von Silva. Nochmal eine Schussmöglichkeit. Ulreich ist da. Und jetzt hier die Kontermöglichkeit. Van Bergen. Boah, der Pass ist schlecht. Der Pass ist schlecht. Aber wieder einen Ballbesitz. Nein. Boah, der Ball ist gut. Der Ball ist gut. Das ist kein abseits Van Wolfswinkel. Fast der Treffer. Aber nur fast. Da hauen sich die Fahnenort-Spieler selber um. Dadurch ist hier jetzt viel zu viel Platz. Ricky van Wolfswinkel. Die Grieche geht nicht durch. Oh, was ist das für ein schlechter Pass? Was machen die denn? Das war ja mal übelst schlecht ausgespielt. Das war übelst schlecht ausgespielt. Ich weiß nicht, ob Fahnenort wirklich nochmal zu einer Chance kommt. Silva. Sinistera. Nein. Ball abgenommen direkt. Ball direkt abgenommen. Und damit ist das Spiel leider rum. Ja, nur ein Unentschieden. Also Ajax ist wahrscheinlich Meister. Das sind jetzt 8 Punkte Unterschied. Und das nach so wenigen Spielen. Das nach so wenig Spielen. Also Ajax stoppen. Muss man wahrscheinlich einfach sagen. Gescoutet der Spieler ist weg. Balloi ist nur für 5 Tage verletzt. Das ist nicht schlimm. Ja, da muss man wohl sagen, dass wenn Ajax so weitermacht, dann haben sie die Meisterschaft schon. Gucken wir mal hier. Jugendmannschaft kurz. Oh, der hat eine 68 schon. Jansen. Ganz stark. Böhr. Groen ist immer noch 15. Sonst würde ich den langsam mal hochziehen. Ja, wir haben schon einige interessante Spieler. Mit Jansen. Mit Böhr. Mit den Bass Jansen. Vor allen Dingen Groen. Also hier sind höchst interessante Spieler mit dabei. Gucken wir mal. Der Niederländer hier sieht auch okay aus. Verpflichten wir mal. Da gucken wir mal weiter. Weil das sieht von Gesamtstärke einfach nicht gut genug aus. Ich lehne dich jetzt auch mal ab. Verpflichten wir mal. Tim will dem Zen. Gucken wir mal, was aus dir so wird. Du gehst weg. Du gehst weg. Du gehst weg. Okay. Gucken wir weiter. Der hier sieht nicht ganz so interessant aus. Luna. Auch nicht. Auch kann der weg. Er hier ebenfalls. Und er auch. Jetzt hier. Boah, vier Monate schon gescoutet. Fabian Otto. Sein Potenzial ist halt bei nichts. Er hier wird uns weggenommen. Na gut. Wieder ein Torhüter. Davon haben wir langsam echt genug. Muss man ganz ehrlich sagen. Auch weg. König. Kann man nochmal weiter scouten. Aber glaube ich nicht, dass es aus dem was wird. Scheibe. Matthias Schmidt kann auch erstmal weg. Ja gut. Muss man halt mal schauen. Wir gucken mal kurz in die Jugendmannschaft. Jansen Wilhelmsen. Also auch der hier. Direkt mit einer 66 eingestiegen. Das ist nicht schlecht. Und dann diesen anderen Jansen. Ja gut. Der ist 17 und hat schon nur eine 55. Kann ich ihn gleich mal wieder freigeben. Ich glaube auch aus Deboer wird nichts. Dafür ist er zu schwach. Und auch er hier. Auch wenn sein Potenzial vielleicht hoch ist. Mit 17 eine 58 zu haben. Das wird nichts. Evers ist da ja noch okay. Groen. Auf den bin ich gespannt einfach. Weil der. Wenn sobald der 16 wird, wird er hochgezogen. Und eigentlich müsste ich auch Jansen Chancen geben. Aber da haben wir halt jetzt Thunderwood schon. Deswegen eher ein bisschen schwierig. Aber gut. Gehen wir nach dem ganzen Spieler. Chat. Du bist ein Top-Spieler. Du bist ein Top-Spieler. So. Julian Draxer kann ich natürlich auch wieder reinholen hier. In die Startelf. Das ist ja immer so ein bisschen nervig. Dass man die da immer komplett rausnehmen muss. Weil das sonst nicht funktioniert. So. Gehen wir dann aber ins nächste Duell gegen Fortuna Sittard. Und gewinnen hier hoffentlich jetzt. Gucken wir einmal auf die Ausstellung von Ferienort Rotterdam. Sven Ulrich darf heute wieder ran. Denn Teaves, Trauner, Santiago, Hendricks. Timber, Dimas, Till, Valois, Silva und Nelson. Auch wenn das Spiel hier wichtig ist. Im 4-3-3-System hier Ferienort. Man schont hier schon ordentlich für das Duell gegen Rangers. Denn da will man weiterkommen in der Euroleague. Man wird Ajax Amsterdam wahrscheinlich nicht mehr so leicht einholen. Da schont man dann doch lieber mal in der Liga statt international. Denn da will man in der Euroleague natürlich auch überwintern. Wir gucken gleich auf die Ausstellung von Fortuna Sittard. Die ja in der letzten Saison eine gute Hinrunde gespielt haben. Van Osh im Tor. Horteos, Anga, Tripan, Siovas, Cox, Samaris, Teki, Rienstra. Und dann ganz vorne Sointiens und Bencho. 5-3-2-System. Das Ganze hier bei Fortuna Sittard. Fortuna Sittard versucht jetzt mal einen Ticken aggressiver zu sein. Jetzt hier Till. Till, der passt es richtig gut. Die Schusschance 1-0. Dimas hier mit dem Treffer. Neunte Minute. Bisher muss man echt sagen, hat Feyenoord extrem viel Ballkontrolle gehabt. Fortuna Sittard stand erst die ganze Zeit hinten. Haben sich dann nach einer längeren Ballstaffel von Feyenoord dazu entschieden, ein bisschen mehr Druck zu machen. Etwas mehr Plätze. Plätze viel Feyenoord frei. Und dann dieser geniale Pass von Till auf Dimas. Der Schuss. Exzellent. 1-0 Feyenoord. Ganz, ganz wichtig natürlich dieser Treffer. Um auch nur irgendwie an Ajax dran zu bleiben. Wo man sagen muss, dass man momentan eigentlich nur noch versucht zu gewinnen. Und den Abstand nicht weiter zu, ja, vergrößern lassen, äh, ja, den Abstand nicht weiter größer lassen zu werden. So ist es halbwegs richtig. Nelson, der hohe Ball. Valoyer ist 2-0. 2-0 Feyenoord. Die Vorentscheidung ist es doch noch nicht. Nach 13 Minuten 2-0 wäre natürlich perfekt gewesen, aber der Linienrichter sagt Abseits. Hier sehen wir es. Ja, absolut richtig. Ist mit seinem kompletten Körper 1-2 Meter am Abseits. Boah, was machen sie denn da? Dimas hat den ganz schwerer Fehler hier. Und jetzt hier immer noch Dimas am Ball. Mit der Hacke auf Till. Till darf mal abziehen. Latte. Silva. Nochmal Latte. Wow. Glück, wie Fortuna sittert. Das hätte jetzt richtig bitter enden können. Also sie können momentan echt froh sein, dass das nur 1-0 Feyenoord steht. Till. Hendricks. Nochmal auf Dimas. Schön, wie sich den Ball da zusammenspielen. Super gespielt. Oh, das war, glaube ich, Abseits. Das war, glaube ich, Abseits, oder? Ja, es war an sich super herausgespielt vom Feyenoord. Aber das zweite Abseits, also zweimal Aluminium, zweimal Abseits hier. Es war dieser eine berühmte Pass zu viel und das ist natürlich deutliches Abseits. Die nächste Ecke. Ja, es gibt Elfmeter. Bitter. Feyenoord hätte schon längst höher führen müssen. Und jetzt hat aber Fortuna sittert hier in der 58 Minute die Chance auf das 1-1 per Elfmeter. Sven Ulreich hier gegen Ben Schub. Jetzt hier die Frage, wer gewinnt das Duell? Wer gewinnt dieses Duell? Und an die Latte. An die Latte. An die Latte. Und Till. Vielleicht Kontermöglichkeit. Till. Till mit dem Konter hier auf Nelson. 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 Oh, das ist der schlecht gespielt von Nelson. War der wahnsinnig schlecht gespielt von Nelson. Wahnsinn. Timber hält den Ball da technisch stark. Jetzt wiederum Till. Ja, mit der Finte. Spielt da nochmal auf Timber. Silva. Ach, der Ball kam nicht durch, aber Silva holt sich den wieder. Timber. Timber. Ja, mit der Hacke. Nochmal weitergeleitet hier auf Silva. Und das ist schön gespielt. Richtig schön gespielt von Feyenoord Rotterdam. Und dieses Mal zählt es auch. Dieses Mal zählt es. Sie haben immer mal wieder schöne Tore erzielt, die dann per Abseits aberkannt worden sind. Und hier haben sie sich wirklich nochmal den Weg und die Lücke gesucht und machen hier den Treffer 2-0. Feyenoord Rotterdam lässt zumindest den Abstand zu Ajax nicht größer werden. Silva hier rüber gespielt und dann Till mit diesem Lüpferchen. Silva dann mit dem Linken überragend gemacht. So muss man sich doch Tore erspielen. Das ist schöner Fußball. Wenn er dann noch kapitalisiert wird, ist es natürlich umso schöner. Fabio Silva hier nach 89 Minuten mit seinem achten Treffer in der zehnten Partie. Also auch das ist natürlich schon mal eine Ansage für die Konkurrenz. Fabio Silva hier, der junge Portugiese, auf jeden Fall mit einer bisher sehr guten Saison. Und das Spiel ist rum. 2-0 gewinnt hier Feyenoord gegen Fortuna Sittard. Absolut verdienter Sieg. Also Fortuna Sittard hatte die große Chance auszugleichen durch den Elfmeter. Das ist zum Glück aus Feyenoords Sicht nicht passiert. 74% Ballbesitz spricht, denke ich, eine extrem klare Sprache für Feyenoord natürlich. Und ja Leute, heute machen wir drei Spiele in dieser Folge. Es geht nämlich gegen die Rangers und da geht es gleich um alles. Wir gucken natürlich kurz erstmal auf die Tabelle. Hier in der Euroleague. Rangers 11 Punkte, wir haben 9 Punkte und Milan hat 7 Punkte. Ein Unentschieden würde theoretisch reichen, weil der direkte Vergleich zwischen uns und Milan gleich ist. Aber, und das ist eben das große Ding, ich will nicht einfach nur Zweiter werden. Ich will am liebsten Erster werden. Das heißt, wir sollten gegen Rangers auf jeden Fall versuchen zu gewinnen. In der Eri-Divise sieht es so aus. Ajax 8 Punkte weit weg. PSV Eindhoven kann man gerade auf 2 Punkte halten. Wir müssen deutlich mehr nach unten gucken, ob wir PSV weg von uns halten können, als dass wir auf Ajax gucken, wenn man ganz ehrlich ist. Die sind dafür zu stark in dieser Season. Nicht ein Spiel verloren bisher. Also wenn die noch ein Spiel nicht verlieren, dann hätten die die komplette Hinrunde ohne Niederlage verbracht. Und wir haben jetzt das Duell hier auf jeden Fall gegen Rangers und gehen wir hier rein. Es geht ums Weiterkommen. Gucken wir hier einmal auf die Ausstellung von den Rangers, die hier im Ibrox Park natürlich hier daheim spielen. Mit McLaughlin im Tor, Goldsen, Tavenier, Besse und Herrlinder bilden die Viererkette. Inten Kamara, Arribu, Mittelfeld und dann Haji, Kichowiak und Sakala ganz vorne. Offensives 4-3-3-System hier bei den Rangers. Die spielen hier natürlich daheim. In der Realität sind sie ja sogar im Europa-League-Finale. Darf man ja auch nicht vergessen. Also die Rangers sollte man auf keinen Fall unterschätzen. Sind nicht umsonst in dieser Gruppe mit Feyenoord und Milan aktuell Erster. Also die sind ja auch schon sicher weiter. Es geht mehr hier ums Weiterkommen. Äh, mehr so für die Tabellen Platz 1 hier für die Rangers. Für Feyenoord geht es ums Weiterkommen. Van der Woot, Cresta, Trauner, Karstrup, Marzen, Kötschki, Dimas, Draxler, Baloye, Sinistera und Silva. Auch offensives 4-3-3-System bei Feyenoord. Ein Unentschieden reicht theoretisch. Aber auch sie würden natürlich gerne die Gruppenphase gewinnen und als Erster weiterkommen. Wichtig, dass Van der Woot den hatte. Karstrup. Und Karstups passt es überragend auf Valois. Valois jetzt hier. Valois. Valois, die Flanke in den Rückraum. Das war gar nicht mal so schlecht. Sinistera akrobatisch macht ihn nicht rein. Macht ihn leider nicht rein. Das war aber eine große, große Chance. Valois. Julian Draxler. Oh, Sinistera hatte viel zu viel Platz. Sinistera jetzt hier. Gute Finte. Sinistera macht ihn nicht rein. McLaughlin hält ihn schon wieder. Wahnsinnsparaden vom Keeper. Jetzt hier Fashion Junior. Haji. Der Ball. Van der Woot. Oh. Gefährlich. Gucken wir uns das nochmal an. Van der Woot kommt da raus. Dann musst du den auch haben. Und das ist Glück wie Fano, dass hier nicht 1-0 steht. Nach so einem eklatanten Fehler. Ecke war kurz. Jetzt hier. Kopfball. Van der Woot ist da. Wichtig. Cuesta hier mit dem hohen Ball. Oh. Der Ball. Beide kommen da nicht richtig ran. Und deswegen wird es jetzt richtig gefährlich. Fabio Silva. Fabio Silva mit der Hacke überragend. Julian Draxler. Was machst du da? Der muss rein. Der muss rein. Kastop. Draxler. Ja. Und jetzt hier Valois. Valois. Auf Silva. Silva setzt sich da irgendwie durch. Silva. Yes. Das wäre Stand jetzt das Weiterkommen. Das wäre Stand jetzt nicht nur das Weiterkommen, sondern auch Platz 1 in dieser Gruppe. Wichtig. Silva kriegt heute das Vertrauen statt Falcao. Und er zahlt es gleich zurück. Er zahlt es gleich zurück. Hier war Valois, der in die Mitte gekommen war. Silva setzt sich da irgendwie durch. Und dann knallt er das Ding rein. McLaughlin hat schon einige gute Paraden gezeigt. Beziehungsweise Fanort hat halt einfach viele Chancen nicht genutzt. Aber gegen den Ball kann dann auch McLaughlin aktuell nichts mehr machen. Wichtiger Treffer. Fabio Silva. Erstes Tor in der zweiten Partie in der Euroleague. Der Portugiese bringt hier die Niederländer in Führung. Valois. Der Ball ist überragend auf Castro. Castro wird da gefoult. Klares Foul. Es gibt die rote Karte. Kirchowiak mit der roten Karte hier. Rot für Rangers und für Fanort. Natürlich ein Traumszenario. Du liegst 1-0 vorne. Dein Gegner jetzt in Unterzahl. Was willst du da mehr? Das ist die Riesenvorlage hier für den Gruppensieg aktuell. Der Ball ist gut. Der Ball ist gut gespielt von den Rangers. Auch in Unterzahl sind sie noch gefährlich. Die Flanke. Van der Wout. War das wichtig. Was? Was? Warum? Dass dieser Kontakt wird als Foul gewertet? Wow. Okay. Van der Wout gegen Tavernier. Und Van der Wout hält den. Van der Wout hält den. Dieser Elfmeter, der keiner war. Auch noch hier egalisiert. Stark gemacht. Und jetzt hier Kötzki. Und jetzt könnte es den Konter geben. Fabio Silva. Fabio Silva jetzt hier. Ab nach vorne. Fabio Silva. Oh, vertendelt den Ball nicht. Aber genau das macht er. Genau das macht er. Vertendelt den Ball. Und jetzt hier Kötzki. Und der Ball von Kötzki. Silvers Einsatz. Der hat schon gelb. Übermütiger Einsatz von Fabio Silva. Es gibt gelb-rot. Es ist ein verrücktes Spiel. Es ist ein verrücktes Spiel. 1-0 Fejanord. Dann gibt es die rote Karte für die Rangers. Es gibt Elfmeter Rangers. Der wird gehalten. Und jetzt Tavernier raus. Dafür kommt. Keine Ahnung wer rein. Wird nicht angezeigt. Doch. Suarez. Beide Teams jetzt hier mit einer roten Karte. 10 gegen 10. Verrücktes Spiel bisher. Kötzki. Gut auf Sinisterra gespielt. Und Sinisterra. Da hat er zu viel Platz. Sinisterra läuft jetzt durch. Der ist jetzt nicht mehr zu halten. Sinisterra. Sinisterra. Spielt in den Rückraum. Kötzki. Abgefälschter Ball. Kötzki will spektakulär machen. Aber so nicht. Sinisterras Ball. Da wird Kötzki durch rankommen. Oder doch. Oder doch. Und jetzt hier Julian Draxler. Schöne Bewegung. Julian Draxler. 2-0 Fejanord. Sie sind in der nächsten Runde. Milan ist raus. Fejanord Rotterdam. Sichert sich hier den Gruppensieg in dieser Europa League Gruppe. Wahnsinn. Nochmal gute Bewegung. Und dann entgegengesetzt. Einfach abgezogen. Der deutsche Nationalspieler. Der Weltmeister ja unter anderem. Macht hier den entscheidenden Treffer für Fejanord. Damit hat sich auf jeden Fall seine Verpflichtung auch schon ein bisschen ausgezahlt. Denk kann man sagen. Allgemein ein guter Transfer. Silva und Draxler bringen also Fejanord hier in die nächste Runde der Europa League. Sinisterra macht das super. Aber der Ball auf Draxler. Der wird da nicht ankommen. Draxler-Streetche. Uff. Zweite rote Karte. Zu viel Einsatz. Zu viel Einsatz von Julian Draxler auch hier. Wow. Was machen sie denn da? Oh, Kutschkü. Der hat auch gelb. Das hätte fast nochmal rot geben können. Das hätte fast nochmal rot geben können. Und jetzt hier die Chance. Die nutzen sie aber nicht. Oh, jetzt hier Fejanord mit einem guten Pressing bisher. Der hohe Ball. Das ist kein Abseits. Die Grätsche von Cuesta ist 1A. 1A, diese Grätsche von Cuesta. Das war richtig stark. Oh, da ist zu viel Platz. Da ist zu viel Platz. Die Grätsche von Cuesta stark. Und der Schuss aber Van der Voelt hält den. Hält den stark. Gut gemacht. Das Spiel ist rum, Leute. Und wir sind in der nächsten Runde. Und das ist so wichtig auch als Tabellenführer. Warum? Denn es ist ja in dieser Saison, also seit dieser Saison so, dass sowohl in der Europa Conference League, die ja neu gegründet worden ist, als auch in der Europa League, es so ist, dass der Tabellenführer gleich eine Runde weiter ist. Während die Zweiten in der Gruppe müssen noch in so eine Zwischenrunde, bevor es ins Achtelfinale geht. Übrigens hat Bodo Glimt auch noch gegen Milan gewonnen. Also wir wären so oder so weiter gewesen. Wow. Wow, das überrascht jetzt aber. Machen wir drei gesperrte Spieler gleich. Auch interessant. Aber wow, dass Milan das Ding echt noch verloren hat. Das ist schwach. Also das ist richtig schwach. Haben noch ein paar Nachrichten. Wir gucken gleich mal in die Gruppenphase. Ich meine, wenn wir jetzt mal gucken, Europa League. Also Atalanta und Genk weiter. Okay. Köln ausgeschieden. Dann hier Leipzig, Monaco weiter. Also Atalanta wäre ein sehr schwerer Gegner. Leipzig, Monaco sowieso. Wir hier vor Rangers. Milan ganz enttäuschend nur Dritter. Dann Villarreal, Dinamo, Zagreb. Okay, sind schon einige starke Gegner mit dabei. Benfica, Kopenhagen. Dann Sociedad, Fenerbahce. United, PSV Eindhoven. Und Tottenham und Betis. Interessant. Mich interessiert auch mal kurz die Champions League Tabelle. Ich will wissen, ob Ajax weitergekommen ist. Nee, Ajax ist sogar nur Vierter geworden. Wow. Also die vertreten uns nicht gut. Ey, wie geil wäre es auch, wenn es hier eine Fünfjahresliste geben würde bei FIFA. Aber gut. Verbesserungsvorschläge könnte man 1.000 machen. In der nächsten Folge beenden wir wahrscheinlich sogar die komplette Hinrunde schon mal. Müssen dann zweimal gegen Zwolle ran. Und dann ist das da, glaube ich, Go Ahead Eagles, bevor dann die Wintertransferphase startet. Ich weiß nicht, ob ich was am Kader verändern werde. Muss man mal gucken. Euer Veloz schmelzt sich jetzt fürs Erste ab. Und bye, bye. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.